Die Aktienmärkte, Kryptos und Rohstoffe sind in den letzten Monaten und Jahren geradezu durch die Decke gegangen. Viele von uns sind daher ziemlich dick im Plus und so manch einer fragt sich vielleicht auch, was man jetzt eigentlich mit dem Gewinn so anstellen soll. Alles investiert lassen, um den Zinseszinseffekt am besten ausnutzen zu können? Oder jetzt alles verkaufen und die Gewinne sichern? Häufig denken wir nur über den Vermögensaufbau nach und vergessen dabei oft leicht, wie wichtig es ist, sich nach guten Investments und Gewinnmitnahmen zu belohnen. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass der Vermögensaufbau kein Selbstzweck ist, sondern ein Weg, den man auch genießen sollte. Und damit herzlich willkommen auf Portal of Global Finance. Abonniere gerne den Kanal, wenn dich Themen wie Vermögensaufbau, Aktien, ETFs und vieles mehr interessieren. Beachte, dass es keine Anlageberatung ist. In diesem Video wollen wir uns mal in drei Stufen Ideen anschauen, wie du dich nach deinen genialen Investments belohnen kannst. Denn das Ganze hat natürlich auch einen psychologischen Effekt und kann dich motivieren, auch in Zukunft kluge Entscheidungen zu treffen. Wenn wir uns bestimmte Erlebnisse oder Gegenstände kaufen, werden Glückshormone freigesetzt. Das menschliche Gehirn arbeitet nämlich bewusst oder unbewusst mit einem solchen Belohnungssystem, bei dem zum Beispiel Dopamin oder Serotonin ausgeschüttet wird. Der Unterschied liegt darin, dass Serotonin eher kurzfristige Glücksgefühle hervorruft, wohingegen das Dopamin längerfristig wirkt. Aber welche Möglichkeiten gibt es denn nun, sich so zu belohnen? Angenommen, wir hätten eine Rendite von 100 Euro erzielt. Auch wenn dies ganz schön wenig sein mag, so könnte man hiervon 15 Euro für den Kauf eines Buches investieren. Du könntest den Rest des Geldes, also 85 Euro, wieder anlegen und würdest dich gleichzeitig weiterbilden. Win-win also. Nehmen wir als zweites an, dass wir ein Plus nach Steuern von 1.000 Euro realisiert haben. Wie bereits erwähnt, könnten wir den gesamten Ertrag direkt reinvestieren. Man könnte von diesen 1.000 Euro, aber auch 100 Euro für ein gutes Essen ausgeben und die restlichen 900 Euro wieder anlegen. So würde man sich für den kleinen Erfolg belohnen und sich gleichzeitig motivieren. Stellen wir uns als drittes Nummer vor, 5.000 Euro im Plus zu sein. Auch hier könnte man die gesamten Gewinne weiterlaufen lassen, aber wie wäre es, ein Kleinteil, sagen wir 500 Euro, für etwas auszugeben, was dir gefällt? Das könnte etwa eine neue Uhr sein, die dich an diesen Erfolg erinnert. Oder ähnliche Shopping-Gegenstände wie Schuhe oder Kleidung. Würdest du 4.500 Euro direkt wieder anlegen, so hättest du immer noch das meiste Geld gespart. Zuletzt wollen wir mal überlegen, was man mit einem Gewinn von 10.000 Euro anstellen könnte. Natürlich wäre es aus frugalistischer Sicht am besten, gleich den gesamten Ertrag anzulegen und keinen Cent des Gewinns auszugeben. Doch am Ende des Tages solltest du dich auch für gute Entscheidungen belohnen und könntest bereits mit einer Summe von 1.500 Euro einen Klasseurlaub verbringen. In diesem Fall wären immer noch 8.500 Euro Gewinn übrig, die direkt wieder in Aktien, ETFs oder was auch immer fließen könnten. Wenn wir alles ganz genau in den Taschenrechner eingeben werden, dann stellen wir natürlich fest, dass es aus Sicht des Zinseszinses am besten wäre, immer alles nur zu reinvestieren. Jeden Euro und jeden Cent direkt wieder anlegen. Die Frage ist nur, wofür ihr dann überhaupt ein so gigantisches Vermögen ansammelt. Klar, es ist auch gut, möglichst früh finanziell frei zu sein, aber andererseits lebt man auch nur einmal, oder? Wie viel verprasst du bei satten Gewinnen? Legst du alles immer wieder an oder belohnst du dich auch ab und zu mal? Was funktioniert bei dir am besten und welche Belohnungen findest du am sinnvollsten? Schreib mir das gerne mal in die Kommentare und like das Video, wenn es dir gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.